Hallo Minecraft-Freunde, da sind wir wieder im Let's Play des selbigen Spieles. So, erstmal Musik noch angemacht. So, ähm, ja. Wir haben auch gleiche Aufnahme, wir sind immer noch dabei, wir brauchen immer noch Dreck, um es mal zusammenzufassen. Also, da wir keinen Dreck aus der Dings mitgenommen haben, aus den Stallungen, also aus meinem Zuhause, werde ich mir wohl hier Dreck erfahren müssen. Gucken wir mal, wo wir den Berg ein bisschen abarbeiten können. Ich würde sagen, hier bei diesem Ausläufer, dieser Schlucht, da kann man ein bisschen Dreck wegmachen. So, dann machen wir auch. Da, 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 ich brauche Dreck, ich brauche Dreck, der Dreck, der muss weg. Er liegt nur im Weg, dieser Dreck, deswegen nehmen wir ihn mit. Oder so ähnlich. Eigentlich liegt er ja gar nicht im Weg, sondern wir nehmen ihn mit, weil wir ihn brauchen. Wofür, wisst ihr noch nicht? Doch, ne, wisst ihr schon. Ich versuche da was zu bauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in dieser Aufnahme schon mal so zum Laufen kriege, das kann ich noch nicht genau sagen. Das sehen wir dann. So, laufen wir mal hier rüber. So, irgendwo habe ich doch hier so einen Weg hochgebaut, da ist er. Und hoch mit dir. Jawohl, und rein mit dir. Und dann Dreck in die Hand nehmen. So, und dann machen wir mal hier so zu. Vielleicht habe ich es auch fail gebaut, ich habe jetzt quasi den erstmal nur gezählt. Ich weiß auch nicht, ich habe mir das vorher nicht geplant, ich mache es einfach nur so frei nach Schnauze. Und hoffe, dass es klappt. Oh, egal, mache ich von unten zu, ist auch wurscht. So, machen wir das mal schnell zu. Und dann, passt das so? Aber müsste eigentlich, ne? Das müsste eigentlich so gehen. Sagst du? Sagst du? Das müsste so gehen. Bisher wäre gewesen, hätte ich das Ding aus Glas gebaut, oder? Ich weiß es nicht. So, pass mal auf. Wasser. Passt. Jetzt brauche ich noch mehr Wasser. Mehr Wasser. Jetzt entsteht da natürlich ein Strudel. Ähm, na egal. Machen wir irgendwann mal wieder weg, bei Zeiten. So, jetzt müssen wir mal oben gucken. Jetzt haben wir natürlich nur eine Schicht drin. Das ist, äh, doof. Ich hätte das hier gar nicht... Ne, hörte mal. Ich muss das ja... Ja, fail, 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 fail. Ihr müsst alles wieder raus hier. Ihr seid hier völlig falsch. Denn... Ups, natürlich brauche ich den Dreck nämlich nicht da. Sondern einen höher. So sieht es nämlich aus. Dann hat nämlich hier unten auch mehr Platz zum Rumgehen. Beziehungsweise was für das andere, was du noch hier unten hin musst. So. Und da auch noch. Äh, äh. So, okay. Du und du weg. Hier einmal rüber. So, 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 so. Der Dreck war leider an der falschen Stelle. Jetzt wird er ein nach oben gesetzt. Dann sieht es aus, als würde er machen eine Welle. Und alle Leute sind entsetzt. Mein Gott, heute habe ich hier ein bisschen Singen, äh, und so, ne? Gut, das passt. Jawohl, wunderbar. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Aaaaaah, acht. Genau, beim achten misst ich eigentlich ein... Ich muss erstmal noch einen Rand hier drauf bauen, sonst riecht ich jetzt durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, achtzehn, neunzehn. Brauche ich nicht mitziehen, das ist völlig unwichtig, weil ich muss ja... Das ist wie ein total hässlicher Turm, sehe ich gerade. Na ja, kann man immer noch verändern, wenn man will. Kann aber auch erstmal so hässlich bleiben, das tut ja der Funktionalität keinen Abbruch. Ich brauche Wasser. Bäm. Ähm, da. Perfekt. Haben wir noch einen zweiten Eimer? Ne, aber wir haben bestimmt eine Lagerhalle noch einen zweiten Eimer. Könnte ich für Wetten mit, äh, ja. Warum bin ich nicht daher gegangen durch den Tunnel? Ne, dann wäre er zu einfach, das kann ja jeder und einfach wollen wir nicht. So, ich muss sowieso hier hin. Ich brauche also einen Eimer. Da ist noch mehr ein Dörter. Da ist Schnee. Da habe ich mir was als gerade hingekippt. Na, kommen wir da auf. Da sind vier gelbe Blumen drin, fantastisch. Äh, auch nur Mist. Ist auch nicht so das Wahre. Nein. 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 Und. Nein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ärgert mich ein bisschen. Ne, ich wollte auch eigentlich nochmal gucken, ob ich, äh, nicht auch irgendwo übersehen habe. Nein. Ich glaube, ich habe das alles mit drüber genommen, ins, ins Hauptlager. Das wäre ja mehr als doof, was ich da gemacht habe. Ja, schmeißt den einmal weg, genau. Das ist eine gute Idee. Die braucht man auch fast nirgends. Ne, ich habe echt, äh, gerade richtig geguckt und habe nirgends wo... was übersehen. Das ist natürlich jetzt doof. Na, was soll man machen? Was soll man machen? Da ändern wir nix dran. Das können wir auch gar nicht. Ähm, wo ist er denn? Da oben. Äh, bup, 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 bup. So, ein blöder Sack. Und noch einer. Und noch einer. Ja, ich habe eine Creeper-Zuchtstelle gebaut. Genau das war... Und ein Zombie auch noch. Genau das war mein Ziel. Möglichst viele Zombies und Creeper... Und Eisenbahnen, das ist aber nett. Auf einen, ähm... Ach, der hat mir unten alles aufgerissen. Aaaaaaaii... So, ich muss mal eben hier drin so ein paar Fackeln reinsetzen, glaube ich. Damit hier nicht nochmal so viel spawnt. So, machen wir hier so. Ah, mir Fackel habe ich nicht. Muss reichen. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier, dass wir das hier repariert kriegen. Da ist zum Glück nicht viel von kaputt gegangen. Das ist schon mal okay wieder so. Ich hasse Creeper. Ich hasse sie so sehr. Das lassen wir einfach hier so... Halb offen, würde ich sagen. Ein bisschen Erde. Natürlich haben wir wieder mehrere Erde in die Luft gespringt. So, dass ich hier jetzt nicht genug habe, um dieses alles zu schließen. Müsste passen. So, jetzt nochmal hoch. Ähm... Wasser. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da hat das Wasser, das wäre ja doof. Wäre es nicht. Ich muss nämlich diesen Rand nochmal wegmachen. Das hilft alles nichts. Äh... Habe ich noch eine? Ja, habe ich noch. Und ja, und wenn ich sage, wenn ich wegmachen, dann meine ich ganz wegmachen. Ach, komm, hör doch auf. Ne, die Ecke kann ja stehen bleiben. Das hätte auch da bleiben können. Na, jetzt wird es auch noch dunkel. Das fehlte mir jetzt auch gerade noch. Ach, das ist doch die Ecke. Die Ecke bleibt doch da. Lalalala, 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 lalalala. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Hätte ich Kuchen da. So, überlegen wir uns erstmal wahrscheinlich in der Lagerhalle schlafen. Da ist ja ein Bett. Ich glaube, das machen wir erstmal. Gute Nacht. Uuuuua. Und Juten Morgen. Juten Morgen. So. Ein Eisenbaran, das nützt uns mal gar nichts. Wir sind von da raus gekommen, oder? Ne, das ist genau. Ach, ist egal. Alle Wege führen auch rum und rum ist genau zu sagen. Hrrrr. Okay. Ach, dieser Baum geht mir jetzt ganz schön um Piss hier. Warum hat er jetzt womit hier nur halb minute aufgejagt und nicht ganz? So, jetzt machen wir hier weiter. So, wir haben hinten die Wand weggerissen, damit wir eine neue Wand bauen können. Ah, wer hätte es gedacht? So, und zwar wird die hier hingebaut. Äh, da stehen auch zwei Dinger von der alten Wand, okay, die müssen natürlich auch weg. Ähm, ja, und die neue Wand geht hierher. So, und wird dann da zugemacht, logischerweise. Ja, jetzt kommen wir nach oben, so, und dann machen wir hier einen Stein hin, und dann können wir da drauf. Oh, ja, das ist viel besser. So, das ist nur die Frage, wer hier die Quelle so gemacht hat, dass das, äh, na egal. Ich kann sie nicht wegnehmen, weil ich in meinem Arme schon Wasser habe. Cool. So, dann machen wir direkt mal noch zwei drauf. So, bo-bo-bo-bo, bo-bo-bo, bo-bo-bo. So, noch ein höher. Pum, 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 pum. So, dalle, so, dalle. Jetzt müssen wir mal eben hier eingreifen. Hm, das ist jetzt doof. Wir müssen ja erst noch was bauen, was das auffällt. Ah, das habe ich ja ganz vergessen. Hm. Jetzt muss ich überlegen. Das geht so alles nicht. Also, ich kann euch sagen, was ich vorhabe. Jetzt mal, es wird ein Kornturm. Ne, auf verschiedenen Ebenen Korn, ähm, anpflanzen. Das soll es werden, wenn es denn mal fertig ist. Jetzt muss ich überlegen. Mit den Kolben kann ich natürlich nur Sand oder sowas hochfahren lassen. Das müsste ich dann an dieser Stelle machen. Äh. Ich kann die Wand wieder abreißen, die muss nämlich noch einmal danach hinten verlegt werden. Oder ich überlege mir, dass ich das hier vielleicht, dass das vielleicht gar nicht reichen würde. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch keine Pistons dabei. Hm. Aber wenn ich jetzt hier Sand hinmache und der Pistons aufmache, und zwar hier an dieser Stelle, das Wasser an dieser Stelle ist. Ja. Dann müsste ich einfach die Wand noch um einen verschieben. Hätte dann das Wasser an dieser Stelle und es fließt wie weit? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hm. Verstehst du? So. Das ist natürlich doof. Und wenn ich es hier mache, dann habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Das ist aber doof, weil hier kommt ja schon was anderes hin. Das ist ja ärgerlich. Na ja, müssen wir irgendwie anders lösen. Ich weiß noch nicht wie. Ich glaube, ich renne mal schnell in mein Hauptlager und versuche mal ein paar Pistons zu bauen, wenn ich es auch schnell hinkriege. Vielleicht habe ich da auch noch Pistons, das gucke ich so erst nach. Genau. Es ist ja ein langer, langer Weg und es wird steinig und dreckig und hast du nicht gesehen. Ungefährlich. So, 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 so. Rennen wir mal hier rüber und rennen wir hier rüber. Und dann springen wir mal schön und sieht immer sehr freundlich aus für die Leute, die hier auch gucken. Auch wenn sie sagen, dass hier das auf den Keks geht oder sowas. Deswegen gucken wir trotzdem noch weiter, weil ab und zu kann ich jetzt noch was Gutes machen. Aua. Wieso bin ich jetzt hier runtergesprungen? Ja, ja, ja. Manchmal mache ich Sachen, das weiß keiner warum. So, 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 so. Und jetzt da aufmachen. Okay. Ach, das hatte ich alles schon umgewäumt. Ah, ich bin ein Depp. Ich bin so ein Depp. Okay, gucken wir mal. Pistons müssten ja, wenn, dann hier irgendwo sein. Schicka Pistons. Zehn. Zehn Pistons haben wir. Das ist doch, wir brauchen acht. Reicht also. Sand haben wir auch genug. Okay. Damit rennen wir da nochmal wieder zurück. Ach, Redstone brauchen wir auch noch. Redstone. Redstone, Redstone, Redstone. Okay. Da ist kein Redstone drin. Und da auch nicht. Da unten aber vielleicht. Okay, dann nimmst du mal hier so. Ah, jetzt ist das Inventar schon wieder voll. Wir sind ein paar Baumortragialien weg. So, es hilft ja nichts. Okay, jetzt weiter geht es im Text. Wir haben, wenn ich es finden würde, dann wäre alles gut. Wir nehmen so ein bisschen das mit. Ich weiß es nicht. Ist auch egal jetzt. ... Hallo.